Ah, Lapino. Wahrscheinlich hat der verrückte Rabbit einen Pegasus verholt, den er nicht genau erhielt. Wie hat er es geschafft, jemanden einen fucking Pegasus zu verkaufen? Welcher Mongo ist blöd genug und kauft sich ein Flügelpferd? Zweite Frage, warum um alles in der Welt solltest du dir ein fucking Flügelpferd kaufen? Kauf dir ein fucking Jetpack. Viel besser, man. Kommt besser. Muss weniger fressen. Frisst Treibstoff, okay, ist was anderes. Hasensaison. Ach, guck mal. Yes, ich kann mir das Feuer Schwert machen. Mein Feuer Schwert. Skalibor? Nee. Oh, wir brauchen noch Wasserextrakt. Da können wir uns das Winddorn machen. Was kann das Ding? Warte mal, was ist die Fähigkeit von dem Ding? Werden angebesetzten Gegner entbrannt? Gut. Okay, coole Sache. Mag ich. Ich mag's Gegnern zu zünden. Das hätte ich mir schon viel früher holen sollen. Ach ja, konnte ich nicht. Da war ja was. Sorry. Ach, Energie bleibt die gleiche. Okay. Ich dachte, jedes Schwert hat seine eigene Energie. Ähm, ich würde da gerne runter. Ich würde die gerne mobben. Super uncool. Aber ich sehe da... Habe ich das richtig gesehen? Da war eine Dingstür. Ja. Das ist dein fucking Ernst. Lass mich durch, bitch. Forscher. Sing, sing. Oh. Okay. Gehen wir es an. Oder auch nicht. Oh. Oh. Okay, okay. Ich verstehe. Einfach warten. Okay. Einfach warten. Greif, greif, greif. Das Feuerschwert ist cool, ey. Oder... Lass mich jetzt verarschen? Ah, okay. Ihr wollt mich echt verarschen. Okay, gut. Mach doch jetzt, Mensch. Gut. Gut, dann jetzt halt schneller. Häng nicht fest jetzt. Okay. Oh, dicke Truhe. Oh, dicke Truhe. Oh, dicke Truhe. Oh, yes. Endlich ein Juwel auch mal. Dicker Pilz. Geile Sache. Die sind also in den großen Truhen. Kürbis. Oder Melonen. Oder was auch immer. Pumpkin. Oh, wir haben zwei Punkte. Angriffe. Nach einem erfolgreichen Arme. Bis zur nächsten Aktion. Zwei taktischer... Okay. Äh... Schaden hinzufügen. Funktioniert bei Gegnern mit Schäden. Das klingt praktisch. Das klingt beides praktisch. Das klingt beides ziemlich praktisch. Ups. Geh weg jetzt. Mach das jetzt weg. Ich will die Dinger kaputt hauen. Okay, hier komm ich auch durch. Da hab ich kein Problem mit. Give me all of that secret. Jetzt die Frage. Yeah. Ich kann den Heuhaufen leider nicht anzünden. Irgendwie... Geht doch! Sehr schön. Du gehst mir mit deinem Schild echt auf den Sack. Blöder Pedder! Sehr schön! Warum auch immer Raben... Die Ravens waren nicht schade. Wenn sie hauen wurde, haben sie manchmal vergessen, dass sie ihre Prisodern überlegen. Auch Top-Spies, wie Lupino. Woher hat der Mad-Rabbit geteilt? Der Mad-Rabbit! Aha! Ich mag seine Stimme echt. Die ist echt nice. Oh yes! Oh yes! Mal ein bisschen aufladen hier. So, schon besser. Ich fühle mich direkt besser. Es war nicht seine Schuld. Sie sahen so... ...verrückbar. Natürlich rächt ich lieber mit dem Feuerschwert rum. Was erwartet ihr von mir? Achso. Das... Ja, gut. Es sah aus wie ein anderer Weg. Da ist ne Truhe. Schoschmann, guck. Richtig. 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 Läuft so. Wer es findet, darf es behalten. Sehr ja auch so. Ich krieg hier Achievements links und rechts. Aber das ist mir ehrlich gesagt sehr recht. Ich mag sowas. Ich kümmere mich erstmal um euch Kollegen hier. Okay, ich kann nicht zwei gleichzeitig blocken. Sing. Jetzt habe ich aber meinen fucking Radius nicht mehr. Jetzt muss ich alles selber machen. Ganz vergessen, mein Dash macht ja jetzt Schaden. Das ist ja noch cooler. Jetzt macht der Dash Schaden. You dead. Not big surprise. Das ist ein Friedhof da unten. Okay. Das ist scary. Und... Gute Frage, frage ich mich auch manchmal. Vielleicht stelle ich vor, euer Schwert könnt euch Kaffee machen. Und wie viele fucking Altare kriege ich hier auf einmal? Das kommt mir so vor, als hätte ich die Hard Route genommen und jetzt wäre ich auf der Easy Route. Yes. Ich brauche echt mehr Erz. Nö. Schmier's dir ab. Das kannst du dir auch abschminken. Geh mir nicht auf den Keks hier. Geh mir nicht auf den Keks hier. Geh mir auf den Keks hier. Ja. Sonst hast du vor, dass hier das Level länger als sonst. Ich mein, um Himmels Willen. Ich find's geil. Ich hab hier Spaß. Hase. Oh, gucke da. Hase. Dirty and bloody. Renato finally reached Lupino. The Rabbit was practicing his shuffle. Renato recognized the cards. It was Lupino's favorite deck. Oh, I thought you were in danger. I am. The Ravens are coming. Oh, the prison thing. Oh, the prison thing. Right, yeah, we see this guard owed me 53 ducats. So we made a deal. They're very reasonable people, actually, for wiesels. Now, I got a brilliant plan to kidnap Zenobia. We capture Zenobia. We find out what she knows. And that's the whole war right there. Easy peasy, lemon squeezy. Capture the Emperor's greatest general, who also happened to be a deadly sorcerer and, oh, his only daughter? That would be worth it. On the other hand, he could still get to the core of the Skyripper. Even if he couldn't get the whole thing. It must have great power. Okay. Zurück zur Auswahl. Okay. Nee, dann, äh, naja, kriegst du einen Besuch? Zenobia wasn't just the Emperor's daughter, of course. She'd been Renato's best friend in Swordfu school. And you're still mad for her. The rabbit reminded him. They'd been close. She'd told him things no one else knew. But she'd never told him who she really was. She knows all the Emperor's plans. Chuckled the master spy. She won't give them up easily. She'll tell the interrogators alright. Said Lupino. Taking her would change the game alright. Alright. Hat sie Doppelschwerter? Das macht sie auf jeden Fall 90% cooler. Jetzt nur mal so nebenbei. Auch egal, was sie ist. Wer sie ist. Fucking zwei Schwerter. Je mehr Schwerter ein Mensch tragen kann im Kampf. Effektiv. Desto cooler macht ihn das. Das ist wie ein Multiplikator. Deswegen gewinnt Soho auch immer. Okay, Okta verliert da, weil... Okta ist ein Oktopus, also... Belassen wir es dabei. Ich hab nichts gegen Okta persönlich. Ich mag einfach keine Kalamares. Mietz, mietz, mietz. Ah, ah, ah. Wäre mir neu. Okay. Aber als nächstes müssen wir auf jeden Fall erstmal dieses Windschwert machen. Ich würde sagen erstmal alle Schwerter haben und dann schauen wir weiter. Das ist so mein Plan. Ähm... Hier ist schon alles ein bisschen tot. Everything's dead. Alles tot hier. Ok, scheiße. Manche hat eh noch nicht genügend Erze. Also von daher. Perfekt. Oh, man. Jetzt verarschst du mich aber das Spiel. Oh, Mano. Das Ding geht genau durch dich durch. Ach guck mal, noch ne Truhe. Wow. Bloß nicht geizig sein. Ich könnte ja Erze brauchen. Oh shit, Nugget. Na, jetzt. Fuck. Willst du mich verarschen? Oh, mach das doch jetzt. Wumm. Ich kann die auch einfach backstabben. Okay. Das ist gut zu wissen. Ich muss sie nicht stunnen. Ich kann selbst... Combo Kill! No! Oh, warte. Kann ich das? Krieg ich das hin? Oh, sweet. Sweet dreams are made of this. Who am I to disagree? Ich kann nicht singen und ich kann nicht swing. Everybody is looking for something. So. What's this plan of yours? Use me as bait, said Lupino. And he outlined a slightly complicated plan that involved geese, Annette, setting the Farfair a little bit on fire, Lupino dressing as an old blind toad and Renardo hiding inside a monstrous watermelon. What could possibly go wrong, thought Renardo. Ja. Ach du Scheiße, jetzt muss ich mal noch... Na gut. Oh, this is gonna be fun, said Lupino, as he ran to go set up his marvelous plan. Ja. Lassen wir es dabei. Hey. Hey, your workbench. You could try out his new bling. Ich hätte auch endlich mal meine Dings hier einsetzen können, die ich schon seit Ewigkeit mit mir rumschleppe. Auscheiden von Fein gibt 3% Schwertenergie zurück. Nice. Okay. Fuck. Das ist ja mal wieder ganz typisch. Ich brauche 50. Schwert... Das ist die höchste Stufe. Äh, ernst? 70. Oh, Gottes Willen. Oh, tut das weh. Na gut. Dann können wir uns das schon mal abschminken. Ich brauche auf jeden Fall erstmal alle Schwerter. So viel ist man sicher. Renato felt like he was ready to learn new things. Thank goodness, you didn't have to go to school for that. Dann ein bisschen Tempo kann uns auch mal. Laufe schneller. Ja, doch. Oh, ja. Oh, ja. Speedrun Tactics. Mh. Und Sam. Mit dem Dash ist das echt ne böse Mischung. Hey. Hey. I'm a firefox. I thought Renato. Fuck. Eine firefox, wirklich? Ist das euer fucking ernst? Stirb aus. Oh Gott. Nee, behaltet eure Flachwitze in der Tasche. Renato felt dubious about the whole plan. With every step, he was waiting for it all to go horribly wrong. But against all odds, Nepino's idiotic plan worked. Zenobia's ravens ran off after the geese. The net dropped, and Renato jumped out of the watermelon and put his sword to Zenobia's throat. Renato, she said. Are those new scars? They look good on you. You never return my velvet jacket. It was my favorite. You look stupid in velvet. Oh, what does an imperial princess know of her style? Oh, get a room you two. Said Latino. He is right. But the fleet was coming on fast. So they put Zenobia on the farfarer and took her east, over the Nexus. She'd vanished from sword for school. From his life. Without even saying goodbye. Without ever telling him she was the emperor's adopted daughter. Ah. Lapida was right, Renato thought reluctantly. She knows things. She recognized his look. You're taking me to the interrogators, aren't you? She said wide-eyed. And then she jumped. With horror. Renato saw Zenobia plummeting. Then he saw the Nexus below them. Cats always land at their feet. Ah. She'll head for the imperial outpost. Yelled the penal. You have to catch her. Super uncool. Moment. Is the story herenach schon vorbei? Jesus fucking Christ. Die werden ja kürzer. Ich meine, okay. Ist eigentlich gar nicht mal so schlecht, dass jede Story seine eigene Länge hat irgendwo. Hat was. Hat durchaus was. Jetzt sind wir wieder hier. Vor allem geil. Ich fühle mich jetzt echt so ein bisschen, als könnte ich driften. Cooles Mann. Es wirkt ein bisschen, als würde man driften, wenn man läuft. Ist irgendwie cool. Und wir sind wieder in der Halle der Treppen und Kristalle. Ist wie ein Spiel bei Spongebob. Nur merkwürdiger. Nette Partikel-Effekte, by the way. Komm mal. Ne, nicht du. Ja, geh mal drauf. So, dankeschön. Und Sam. Easy. No problem. Käsekuchen. Ich fühle mich echt, als würde ich driften. Das ist super cool. Dankeschön. Ja, dankeschön. Dankeschön. Drei Stück. Wow. Drei Stück. Es hat sich ja richtig gelohnt. Ich habe nur 24. Das ist fast gar nichts. Achso. Wo? Ach, hey. Knödelmonster. Das ist auch schon. Haul an die Waldfee. Ein paar viele hier heute. Wat? Du Penner. Da. Alter, die brennen alle. Alles brennt. Mangelhaft? Deine Mutter ist mangelhaft. Er könnte sie Angst haben. Er hat versucht, nicht zu denken, über die Interrogatorer auf der Schrecklichen Base. Was sie mit ihr tun haben. Vielleicht hätte es nicht so enden. Vielleicht könnte er mit ihr sprechen. Aber nach allem. Es gab es schlechte Dinge, die Imperioren von ihren Freundinnen gemacht haben. anderen. Darla, die pass ES Extrem Large Zeilen von Poch.